Und ich bin es so gewohnt, dass ich meinen Partner anschreien muss. Wir sind hierher gekommen, es war dunkel, wir kamen uns nirgendwo aus, und sind von der Autobahn runtergekommen, die Friedberger Landstraße hoch, und haben dann hier geparkt, weil wir in der Scheffelsstraße eine Wohnung angekommen haben. Dann haben wir hier noch Licht gesehen und sind hier reingekommen. Und so war das der allererste Ort, an dem wir gelandet sind in Frankfurt. Hier drin. Und als wir dann hierher gezogen sind, haben wir das dann wiederentdeckt und haben hier regelmäßig gegessen. Sehr lecker. Sehr viel Tee getrunken. Und da hatten wir ein Zimmer und du hast die ganze Zeit auf diesen Flughafen gesehen, die im Minutentakt diese Flugzeuge landen und starten. Man dachte so, du saß an dieser Stelle und dachte, boah, ich nehme am Leben teil, überall bewegt dich, was die Autos bewegen sich. Es war die ganze Zeit Licht und was los. Mit schluss. Mal haben wir das. Es ist ein Sch ieffekt. Ganz schön. Exist-Güß-Güß. SST생-Güß.